Weihnachten wie damals. Gerade in der jetzt für uns so herausfordernden Zeit hört man oft diese Worte. Aber wann war damals? Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als in Österreich Hunger, Not und Verzweiflung herrschten? Oder die 70er, 80er, 90er Jahre, geprägt von Flugzeugentführungen, Terror, kaltem Krieg, Briefbomben-Attentaten? Oder war damals die Zeit nach der Jahrtausendwende, als 9-11 nicht nur Amerika in Schockstarre versetzte? Oder die Zeit nach der Finanzkrise, wo wie heute viele Betriebe ums Überleben und Menschen um ihre Arbeitsplätze banken und man trotzdem vom Kommerz getrieben in den Einkaufszentren sich gegenseitig niederrempelte? Von wegen Baby-Elefant. Ach ja, damals haben wir zu Begriffen wie Lockdown oder Baby-Elefant keinen Bezug gehabt. Und bei Pandemie dachten wir an etwas, was ganz weit weg oder bereits sehr lange her ist und uns heute und jetzt überhaupt nicht betreffen kann. Oder war damals, als Peter Rosecker noch ein Waldbauern-Bub war? Oder Heinrich Wackerls Floh dem Christkind ein Lächeln entlockte? War Weihnachten damals wirklich besser? Schöner? Oder spielt uns das menschliche Gehirn einfach einen Streich und lässt nur schöne Erlebnisse in unserer Erinnerung zu? Wie auch immer, das sind meine ganz persönlichen Erinnerungen an Weihnachten damals, Ende der 60er Jahre. Ich war die Jüngste unserer Familie. Neben meinen Eltern und meinen vier Geschwistern waren da auch noch die Tante Kartl und Michel, unser Knecht. Oder hieß er Martin? Ich weiß es nicht mehr. Hier lässt mich meine Erinnerung im Stich. Aber egal. Jedenfalls sie alle hatten es verstanden, in den letzten Tagen bis zum Heiligen Abend hin für uns Kinder Spannung aufzubauen. Ja, sie waren geradezu Meister im Spannungsaufbau. Alfred Hitchcock hätte noch von ihnen lernen können. Von wegen stillste Zeit im Jahr. Bei uns im Haus war es nie wirklich still. Außer mein Vater hörte gerade die Nachrichten. Wenn es da nicht mucksmäuschenstill war, konnte er sehr empfindlich reagieren und auch mal laut werden. Ich verstand seine emotionalen Gefühlsregungen bei dieser für mich stinklangweiligen Sendung ohnehin nicht. Mit diesem endlosen Gequatsche konnte ich einfach nichts anfangen. Ich verzog mich lieber in die Küche. Dort gab es, gerade in der Adventzeit, immer etwas Interessantes. Mal einen Kochlöffel, der darauf wartete, abgeschleckt zu werden. Oder eine Schüssel mit fertigen Keksteig, der unbedingt verkostet werden wollte. Endlich, 24. Dezember. Als ich nach dem Aufstehen schon aufgeregt in die Küche kam, war alles so wie immer. Dann der Kadel stand beim Herd. Vater hing mit einem Ohr am Radio bei den Nachrichten. Mutti war noch im Stall. Mein Bruder Reinhard nicht da. Er war damals gerade mal Anfang 20 und ohnehin selten zu Hause. Und meine älteren Schwestern saßen am Tisch und taten so, als wäre heute alles wie immer. Ich konnte das nicht verstehen. Nervös kaute ich an meinen ohnehin nicht mehr vorhandenen Fingernägeln. Hoffentlich hat das Christkind nicht auf mich vergessen. Waltraud, meine etwas ältere Schwester, hat behauptet, das mit dem Christkind ist sowieso ein Blödsinn. Es gibt gar kein Christkind. Die hat sie doch nicht mehr alle. Wo kommen dann jedes Jahr die Geschenke her? Hm? Naja, irgendwie war da doch alles etwas sonderbar. Aber egal. Hauptsache, ich überstehe diesen ewig langen Tag. Am 24. Dezember gab es bei uns mittags traditionell Bohnen mit Kraut. Schmeckt super lecker. Allerdings hat das auch Auswirkungen auf die Verdauung. Nach dem Essen hieß es, aussehen mit euch, ein bisschen Skifahren oder Schlittenfahren. Aber die Kleine, das war ich, müsste auch mitnehmen. Ja, es gab sie damals, weiße Weihnachten, genug Schnee vor dem Haus, um mit Schlitten und Schienen zu fahren. Endlich war es dunkel und wir gingen zurück ins Haus. Es folgte die mir so sinnlos erscheinende, aber trotzdem alljährlich geführte Diskussion. Mir da man heute. Zuerst essen, dann beten oder zerst beten und dann essen. Oh Gott, wer hat denn jetzt Hunger? Und beten können wir später auch noch. Zuerst die Bescherung, sagte ich ungeduldig. Doch keiner erhörte mich. Also setzten wir uns zum Essen. Mayonnaise-Salat. Ohne Mayonnaise-Salat kein heiliger Abend. So war es bei uns im Haus Gesetz. Danach wurde gebetet. Der freuenreiche Rosenkranz, die Litanei und wahrscheinlich auch noch das Weihnachtsevangelium. Oh je, das Ganze dauert sicher wieder eine Ewigkeit und noch länger. Der gefüllte Bauch, die Aufregung über den ganzen Tag und das monotone Gebet. Ich konnte die Augen kaum noch offen halten. Ich werde doch jetzt nicht schlapp machen so kurz vor. Doch dann geschah etwas, was mich hellwach werden ließ. Wenn im Verdauungstrakt Mayonnaise auf Kraut mit Bohnen trifft, kann es zu einem Knalleffekt kommen. Und es kam dazu. Nach einigen kleinen Vorwarnungen, begleitet mit etwas strengem Geruch, der durch die Stube zog, sahen Waltrat und ich uns an und konnten das Lachen kaum noch verbergen. Doch dann kam ein lautes, langes, sattes Verdauungsgeräusch. Alle blickten Mutti an, die immer noch versuchte, so zu tun, als wäre nichts geschehen. Vater, der als Vorbeter fungierte, konnte das Lachen nicht mehr verhalten. Und das war auch für uns das Kommando. Lautes Gelächter erfüllte die Stube. Mutti ermahnte uns mit strengem Blick das Gebet fortzusetzen, jedoch mit wenig Erfolg. Mein Vater schätzte die Situation richtig ein oder hatte er einfach aufgrund dieses Zwischenfalls beim Rosenkranz den Überblick verloren? Wie auch immer. Muttis Verdauungstrakt sei Dank kam der lang ersehnte Augenblick der Bescherung schneller als erwartet. Mir war gar nicht aufgefallen, dass Frieda und Hermine meine beiden großen Schwestern bereits vorzeitig den Tisch verlassen hatten. Schrittel ertönte das helle Glöckchen. Das Christkind war da. Mit großen Augen betrachtete ich den wunderschön hell geschmückten Baum. Jetzt bestand Vater auch noch auf das Absingen von stille Nacht. Muss das sein, dachte ich mir. Wir sind doch eine gänzlich unmusikalische Familie und der Text, naja, es klang wie jedes Jahr. Einfach schrecklich. Aber ich hörte es nicht mehr. Meine ganzen Sinne waren auf etwas gerichtet, was ganz versteckt hinten beim Baum hervorblitzte. Der heilige Abend, der ganze Tag, mein ganzes Leben waren gerettet. Da standen sie, wunderschön, in meiner Lieblingsfarbe blau. Nagelneue Ski, der Marke Matauschek. Made in Westkirchen. Das Christkind hat mich nicht vergessen. So, jetzt wird das wunderschön. ich habe das Bild von mir gelesen. Und ich habe dann auch um die Wunderschön. Ich habe jetzt den Weg zum, wie ich anhemite. Heute ist alles mit der Kette und die Kette, wenn ich die Kette gespricht. Ichke in die Küche, ich werde das Bild von mir. Und dann habe ich die Kette und die Knife. Ich mach. Und dann habe ich einmal vorhin, dass ich womanische Kette war mir im